Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Diablo 4, gerade ist passiert, Patch 1.2.2 ist rausgekommen für euch gestern und hat eine ganz krasse Neuerung gebracht und zwar 5 neue Ringe für jede Charakterklasse 1 und die sind angehaucht an Season 1, so eine kleine Hommage an Season 1 sollen Effekte, die die boshaften Herzen aus Season 1 hatten, für die Klassen wieder ein bisschen ins Spiel reinbringen und das finde ich auch sehr sehr cool. Ich habe hier mal 3 Stück mir geholt, einmal für den Barbaren, einmal für den Druiden und einmal für den Magier, einfach weil ich den Jäger, ja weil der Jägerring echt nicht gut ist und der Necro, ich habe keinen Necro, deswegen konnte ich Necro leider nicht holen, aber ich werde euch mal ein Bild hier einblenden und die wollte ich jetzt einmal mit euch durchgehen, einmal erklären, einmal wie die Droprate ist, wie ihr die bekommt und was ihr dafür tun müsst. Also, gehen wir erstmal die Ringe durch, wir haben hier den Ring vom Barbaren, sehr cool, Stärk kann hochgehen bis 60 oder so, habe ich gesehen, Angriffsgeschwindigkeit ist drauf, maximale Wut und Ressourcenerzeugung, das ist aber nicht das Krasse, das Krasse ist wirklich der Effekt, weil wenn ihr 100 Wut innerhalb von 3 Sekunden verbraucht, dann trifft euer nächster Einsatz von Hammer der Uhr an, Aufwühlen oder Todesstoß zu 100% kritisch und macht auch nochmal erhöhten Schaden, sehr sehr nice, vor allen Dingen für die ganzen krassen Hammer der Uhr an, Bilds da draußen, auch für meinen Aufwühlenbild, der kommt übrigens morgen, deswegen auf jeden Fall ein Follow da lassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, sehr geil für den Bild, um nochmal den Schaden hochzuhauen. Dann haben wir hier einmal den Druiden Ring, den finde ich persönlich ganz cool, weil der bringt den Effekt wieder vom boshaften Herz, dass ich, wenn ich die Ult zünde, kann ich mal gerade zeigen, dann werden die Gegner an einen herangezogen und kriegen auch nochmal Schaden, das geht immer, wenn ihr die Ult zündet, dazu noch Willenskraft, prozentual, das ist auch sehr cool, bringt nochmal richtig schön den Schaden hoch, Schaden gegen Gegner in der Nähe hoch, Glückstrefferchance und Abklingzeit für die Fertigkeit des Typs ultimativ, was natürlich Sinn macht, weil die wollt ihr natürlich dann auch oft zünden. Das geht natürlich mit Werbeer, ich würde aber auch mit dem Stein, wie heißt die Attacke, weiß ich gar nicht, irgendwas mit Stein, ne, Versteinern? Ja, ich glaube Versteinern heißt sie, würde es auch gehen. Ich, äh, wir probieren das mal gerade aus und, äh, ich erkläre euch währenddessen, wie ihr die Ringe bekommen könnt. Wir waren uns am Anfang nicht ganz sicher, na, werden die herangezogen? Hier wird gar nichts herangezogen. Ah, guck mal hier, stopp, 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 stopp. Wirkt ihr 5 Sekunden, nachdem ihr bereits zuvor, bereits ihr, nachdem ihr dies bereits zuvor getan habt, erneut eine ultimative Fertigkeit, zieht ihr entfernt Gegner heran. Das bedeutet, ich muss eine Ult zünden und dann wieder eine Ult zünden, 5 Sekunden später, spätestens. Aber meine Ult-Abklingzeit ist doch viel zu hoch, wie soll das gehen? Schreibt es mir sofort unten rein, wie soll das funktionieren? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich verstehe es nicht, wie das klappen soll. Muss man 2 ultimative Fertigkeiten auswählen? Geht das überhaupt? Ihr könnt nur eine ultimative Fertigkeit auswählen. Schreibt es mir unten in den Chat, ich bin verwirrt, äh, in den Chat, in der Videobeschreibung, ich bin verwirrt, ich verstehe es nicht. Gucken wir uns heute den dritten an. Tal, Raschas, schillernder Reif. Für den Magier. Nicht-physischer Schaden, sehr cool, weil ihr macht ja keinen physischen Schaden. Glückstreffer Chance, Ressourcenerzeugung cool, Abklingzeitreduktion auch sehr cool. Für jede Art von Elementarschaden, die ihr verursacht, erhaltet ihr 4 Sekunden lang 5 bis zu 15% erhöhten Schaden. Verursacht ihr Elementarschaden, werden alle eure Boni aktualisiert. Ist sehr cool, weil bis zu 45% mehr Schaden, wenn ihr alle 3 Elementarschadenklassen zündet, kann sehr stark sein, wenn man den richtigen Bild hat. Jetzt erkläre ich euch nochmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, könnt ihr die Ringe ganz normal bei Warscham bekommen. Warscham findet ihr im boshaften Bau. Dafür braucht ihr eine bebende Hand, einen gurgelnden Kopf, einen schwarzen Femur und ein böshaftes Herz. Krass, dass ich die Namen einfach auswendig kann. Wenn ihr das jeweils einmal habt, dann könnt ihr zu Warscham gehen und den herausfordern. Ich nehme mal gerade hier was mit, damit wir das zusammen machen können. Dann könnt ihr Warscham herausfordern und der hat dann eine ganz normale Dropchance. Die Ringe wurden ganz normal ins Loot Table mit integriert. Das heißt, die Chance ist 1 zu 7, dass ihr 1 zu 6, dass der Ring fällt. Es kann auch mal schon vorkommen, dass gar nichts fällt, kein Unix. Es kann schon mal vorkommen, dass zwei Unix fallen. Aber geht mal von 1 zu 6 aus. Das ist so ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Ring bekommen könnt. Dann geht ihr hier rein. Das Ganze geht natürlich auch schon auf Weltstufe 3. Das heißt, die Leute unter euch, die auf Weltstufe 3 sind und da müsst ihr auch einen schwarzen Femur, eine bebende Hand und einen gurgelnden Kopf haben. Kein böshaftes Herz. Das packt ihr dann hier rein. Und dann müsst ihr noch Warscham besiegen. Und der hat dann, wie gesagt, eine Chance von 1 zu 6, dass ein Ring fallen gelassen wird. Wir besiegen den erstmal hier eben. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar direkt einen fallen gelassen bekommen. Ah, leider nicht. Aber ein Ei und Brustschutz. Und so könnte dann auch ein Ring fallen. Ich werde mal hier währenddessen einmal einblenden, wie bei mir ein Ring gefallen ist. Dass ihr auch wirklich seht, dass er fällt. Ich habe in kürzester Zeit 3 Stück geholt. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Also die Dropchance ist ganz normal und nicht verringert. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen damit beantworten. Holt euch die Ringe. Gerade Barbar finde ich sehr krass. Magier kann auf bestimmten Bilds sehr krass sein. Druide verstehe ich nicht so ganz. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen unten in der Videobeschreibung. Also irgendwie, das blicke ich gar nicht. Rogue, also der Jäger, ist leider gar nicht gut. Und der Necro, der ist richtig, richtig gut. Da freuen sich die Necro-Spieler sehr. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Wie gesagt, morgen kommt der Aufwühlen-Bild. Wenn ihr den sehen wollt, auf jeden Fall mal ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.